Was ist das, was du mit dem Krankenhaus gehst? Mir war halt klar, dass man mit jemandem in der DDR dann halt nicht ins Krankenhaus gehen kann. Das halt nicht machen. Dann kriegst du den nicht wieder raus. Man ist schwer genug, Leute im Westen dann wieder rauszukriegen, wenn du mit denen ins Krankenhaus gehst in so einer Situation. Weg ins Krankenhaus. Untertitelung. BR 2018 Ich bin geboren. Nee. Ich wohne? Nee. Meine Eltern heißen? Nee. Mein Geburtsort ist? Ja. Alles habe ich. Ich habe alles im Kopf.